Energiespar-Tipps, die wirklich funktionieren. Jetzt! Heizkörper entlüften. Damit Heizkörper effizient heizen, ist es wichtig, dass sie einmal im Jahr entlüftet werden. Das geht ganz einfach. Sie benötigen dazu einen Entlüftungsschlüssel, den Sie zum Beispiel im Baumarkt bekommen, und eine Schüssel. Wenn Sie in einem Mehrfamilienhaus wohnen, sollten Sie sich vorher mit den anderen Bewohnern und der Hausverwaltung abstimmen. Dann alle Heizkörper aufdrehen. Anschließend Umwälzpumpe ausschalten oder im Mehrfamilienhaus Heizkreis absperren. Nun öffnen Sie vorsichtig beim ersten Heizkörper das Ventil mit dem Schlüssel und halten Ihre Schüssel darunter. Bei mehreren Geschossen beginnen Sie mit dem höchstgelegenen Heizkörper. Nach dem Öffnen tritt zuerst etwas Luft und dann Wasser aus, das heiß sein kann. Jetzt schließen Sie das Ventil und wiederholen das bei allen Heizkörpern. Jetzt die Pumpe wieder einschalten oder den abgesperrten Heizkreis öffnen und unbedingt den Wasserdruck kontrollieren. Fertig! Viel Erfolg beim Energiesparen!